Hallo und ein herzlichst willkommen hier auf meinem Kanal zu ARK Survival Ascended und dem Low Memory Fehler den ganz viele haben und ich hatte ihn auch. Ja und zwar habe ich auch ARK direkt von Anfang an gespielt und am Anfang war es wirklich ich glaube alle zwei Stunden und im Singleplayer hatte ich angefangen und habe immer wieder vergessen zu speichern und umsonst gespielt und zum Schluss war natürlich alle zwei drei Minuten da ich rausgeflogen bin und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe versucht den Fehler zu entgehen weil das ist ein Programmfehler also Programmierfehler vom Spiel kein Spielfehler vom Rechner und habe einen Weg gefunden diesen fatal error zu entgehen. Kleine Sache noch zu uns wenn ihr Lust habt wir haben Server haben noch Plätze frei und ihr möchtet mitspielen kommt einfach bei uns in den Discord stellt euch kurz vor da findet ihr auch die Zugangsdaten und dann könnt ihr gerne mitspielen ja soviel dazu dann würde ich sagen ich habe nichts vergessen Link zum Discord in der Videobeschreibung ganz unten also in der Kanal Beschreibung und da fangen wir mal an also okay ihr öffnet euch unten die Taskleiste geht auf suchen tippt im Suchfeld Sys ein ja es geht auf Systemsteuerung dann öffnet sich hier dieses Fenster dann geht ihr auf System und Sicherheit dann geht ihr runter auf System im System angekommen öffnet sich jetzt bei Windows 11 weil ich habe Windows 11 drauf ja dieses Fenster System Info da findet ihr erweiterte Systemeinstellungen da klickt ihr einmal drauf dann geht wieder ein kleines Fenster auf ich ziehe euch das ein kleines kann ich gar nicht ziehe euch der größer dann geht ihr auf erweitert und dann Leistung visuelle Effekte auf Einstellungen wieder auf erweitert dann virtuellen Arbeitsspeicher dann geht ihr hin und ändert den so und dann ändert ihr den je nach Festplattengröße also passen sollte auf jeden Fall 12.000 Anfangsgröße und 30.000 Maximalgröße aber Achtung dieses Häkchen hier oben wird angehakt sein dann könnt ihr das nicht einstellen also dieses Häkchen einmal ausstellen dann 12.000 auf 30.000 und dann einfach auf festlegen ok und dann einmal den Rechner neu starten am besten vergesst die ganze Geschichte mit Spiel auf Fehler untersuchen und 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 habe ich alles gemacht es hat nichts genutzt hier war der einzige ja der einzige Weg der mir weitergeholfen hat ich hoffe er hilft euch auch weiter ihr solltet natürlich klar Grafikkarten Update machen gucken dass Windows auf dem aktuellen Stand ist und dann sollte es funktionieren ich würde mich freuen wenn ihr unten in die Kanalbeschreibung beziehungsweise einen Kommentar reinhaut unter das Video ein Däumchen gebt dafür ob es funktioniert hat und ja wir sehen uns irgendwann jetzt denke ich mal bald auch wieder mit weiteren ARC Streams und Folgen und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall wie immer einen schönen Tag, schönen Abend oder einen schönen guten Morgen je nachdem wann ihr die Folge gesehen habt bleibt mir gesund und gewogen euer Dexter, bye bye es gibt es es gibt es es gibt es wir haben